Es gibt Männer und Frauen. Mehr gibt es nicht. Und jeder bleibt das, als was er auf die Welt gekommen ist. Geht diese Gesellschaft noch kaputter? Man sollte sie alle vor Gericht bringen und zum Tode verurteilen. Man könnte sich nur noch übergeben bei dem Dreck. Wir objektieren zu this. It's time for Diversity Week. Da freue ich mich sehr, denn wir haben ja Diversity Week. RTL ist giving this subject a special platform. Das hilft dem Thema Vielfalt, wenn man gezeigt wird. Jockeyfeel, Vielfalt verbindet! Ich bin das Plus in LGBTIQ+. Ich wurde als Mädchen einsortiert, aber ich war schon immer ich. Ein Mann. Und ich bin das T in LGBTIQ+. Das ist ein ganz großer, toller Baustein für Sichtbarkeit. During the Diversity Week, RTL Deutschland and its partners from Bertelsmann Content Alliance will show that all people have more in common at first glance than it seems. Gemeinsam. Für mehr Akzeptanz. The centerpiece is the specially developed logo and the oversized LGBTIQ+. Letters. The objective? Das ist Hammer! Create awareness through all media and channels of the Bertelsmann Content Alliance. Wir zeigen Oliver Bierhoff kurze Ausschnitte aus den Interviews mit den homosexuellen Kataris. Das ist natürlich schon dramatisch. Das Leben ist bunt, LGBTIQ+. Vielfalt verbindet! Mensch ist Mensch, ganz einfach. A cross-media-campaign designed to educate people about the topic in an entertaining and emotional way. Die große Woche der Vielfalt bei RTL. Mit Hoche, Entertainer und Freigeist. Hoche ist... Gay. Ich liebe Männer. I can feel the energy. LGBTIQ+, a topic that also moves our advertising partners, who have associated themselves with our Diversity Week. Just like the employees at RTL Deutschland's locations, who also set a colorful statement for diversity at the Cologne CSD. With success. Feel the change. Feel the change, get down, see the change, stand up, feel the change, right now, right now, right now. Vielfalt sollte überall und immer zur Gegend sein, denn wir Menschen sind vielfältig, wundervoll und wir sollten einander lieben und respektieren. Diversity Connects. An RTL-Projekt from the heart.